Hey, fröhliche Weihnachten! Ja, natürlich muss ich mich jetzt auch noch zu Wort melden und euch, liebe Fangemeinde und Freunde von Cain123, oder sagt man einfach doch Cain123, man weiß es nicht, oder sagt man zu euch einfach Hallo, liebe Backfrittenfreunde, na auch egal. Ich wünsche euch ja frohe Weihnachten, lasst euch wirklich richtig reichhaltig beschenken und ich hoffe auch persönlich noch, dass ich endlich mal ein iPhone bekomme. Falls ihr draußen sitzt und denkt, hey, ich habe noch drei iPhones, vorzugsweise von dem iPhone 5 und ich möchte jemanden glücklich machen, der vielleicht auch in Düsseldorf wohnt und etwas dicker ist, der auch eine wöchentliche Event-Comedy macht, ja, dann schickt mir doch euer iPhone. Die ganzen Kontaktdaten bekommt ihr dann unter e-mail at bundesmoderator.de oder unter www.bundesmoderator.de. Hey, ja, ich würde mich freuen, weil ich muss ja auch endlich mal Fame werden und mit so einem tollen iPhone-Teil, wirklich ja schon total berühmt und total wichtig. Naja, aber auch egal. Frohe Weihnachten, lasst euch wie gesagt reich beschenken und habt auf keinen Fall, ja, einen dicken Sack. Bis dann, sage ich Tschö und noch einen guten Rutsch dazu.